Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom dicken Preußen, der mit Bären und Katzen spricht. Und der Bär ist der bekannte Ralf. Hallo Ralf. Und unsere Katze ist der Jens. Hallo Jens. Was bin ich? Eine Katze, also die Katze, weil du ja auch für Katzen umkatzen, mit Katzen, für Katzen, von Katzen. So, so. Ja, vor mir aus. Dann bin ich anscheinend eine Katze. Nicht? Was steht mir diese Begrifflichkeit zu? Also wenn du das hast, bin ich das wohl. Ja, du hast ja selber den Titel für das letzte Mal genannt. Gespräch mit Katzen und Bären. War das mit oder über? Also, ich glaube mit im Sinne von inhaltlicher Natur, aber egal. Ach so, inhaltlich. Ja, aber wir können auch gerne, wenn du das möchtest, dann ist die Frage, was du bist. Ja, ich bin der Preuße dabei. Ach so. Und ich bleib einfach der Bär, das ist völlig okay. Okay, also wir haben heute uns stundenlang vorbereitet auf ein wunderbares Thema und zwar Rollenspielsysteme ohne Spielleiter. Und Ralf ist der Experte in unserer Runde. Naja, also ich habe sie zumindest schon ein paar Mal gespielt und mich auch so damit beschäftigt, wie man sowas aufbaut. Von daher, also ich kann schon ein bisschen was dazu erzählen. Ja, wunderbar. Jens, hast du schon mal gespielt? Ich habe schon mal gespielt. Oh, da bist du auch Experte. Dann seid ihr beide Experte. Was hast du dann schon mal gespielt? Ich habe mal ein paar Mal Fiasko gespielt und ich kenne Western City. Da hast du mir bei Western City was voraus. Fiasko war tatsächlich auch damals mein Einstieg. Okay, bevor wir zum Grundthema anfragen, warum ich überhaupt mal auf dieses Thema kam. Gerade im Brettspielbereich ist es sehr trendy, sag ich mal, so mit einer App. Oder einfach, also entweder mit einer App oder gegen die Karten zu spielen. Also immer gegen das System zusammen. Im Rollenspiel ist es ja eigentlich tendenziell eher so, dass man einen Spielleiter oder Meister oder wie auch immer hat, der sozusagen das Spiel an sich verkörpert und dann meist mit den Spielern gegen die Spieler spielt. Sozusagen, weil er ja auch die Gegner darstellt. Nun ist die Frage, wäre es nicht einfacher generell, wenn man miteinander Rollenspiel gegen das System spielen könnte? Um es auch einsteigerfreundlich zu machen, weil der Meister hat ja, dessen Aufgabe ist ja um einiges komplexer. Ja, also ich würde tatsächlich nicht sagen, dass der Spielleiter gegen die Spieler spielt, weil dann gewinnt er. Der spielt schon mit denen, aber bietet natürlich bestimmte Herausforderungen etc. Storys, je nachdem, was die Spieler haben wollen. Und ja, natürlich ist in der, also ich sag mal, im klassischen, typischen Rollenspiel, ist der Spieler, hat der natürlich mehr Arbeit. Ja, weil der Spieler ist, der, also der ist auch Spieler, ja, der spielt ja auch mit, hat entsprechend auch Rechte, wie alle anderen Spieler auch. Also auch ein Spielleiter hat recht, Spaß zu haben. Und trotz allem hat er natürlich mehr Arbeit, weil er halt vorplanen muss, mitmachen und auch quasi durchgehend auf Zack sein muss. Weil Spieler kann sich mal eine halbe Stunde ausklinken, dass beim Spielleiter, es gibt Situationen, da geht das, wenn die Spieler fröhlich irgendwelche Dinge treiben. Aber meistens klappt das halt eher nicht. Also du meinst jetzt beim Shadowrun, wenn man plant, wie der Einbruch stattfinden soll, die Stunde oder drei. Ja, oder wenn die Charaktere soziale Interaktion treiben, miteinander reden, sich zanken, da kann ja alles Mögliche passieren. Also ich denke auch, der Grund, warum man irgendwann auf den Gedanken kam, den Spielleiter sozusagen aus dem Spiel zu entfernen, war tatsächlich, dass man ein Spiel mit weniger Vorbereitungszeit machen kann. In dieselbe Richtung geht ja zum Beispiel auch Dungeon World oder PBTA-Systeme, also Powered by the Apocalypse-Systeme, die ja auch sagen, ich brauche nur eine Grundsituation, alles andere entwickle ich zusammen mit den Spielern. Und man kann einfach einen Abend vorbereiten, indem man sozusagen eine Seite Abenteuer liest und dann lässt man einfach laufen und guckt, was die Spieler mit ihren Ideen dann zuliefern. Und ich glaube, der nächste Schritt ist dann eben einfach, das Spielsystem so aufzubohren, dass man auf den Spielleiter an sich sogar und vielleicht sogar auf die ganze Vorbereitung noch verzichtet und die also mehr oder weniger ad hoc macht und dann einfach in ein Spiel einsteigt. Ja, dass einfach von der Fantasie aller Spieler, aller aller Spieler eben entwickelt wird, während man spielt. Okay, ihr habt schon zwei Systeme angesprochen, kommen die ohne Spielleiter aus oder gibt es trotzdem jemanden, der da das sagen hat? Also ich fange mal an mit Fiasko, weil das war damals mein Einstieg und ich habe mir gedacht, warum sollte ich das spielen wollen? Wie kann das überhaupt funktionieren? Weil vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen was zu den Regeln, die man bei Fiasko eben hat. Man würfelt mit im Endeffekt vier Würfeln pro Spieler. Wenn ich also mit vier Spielern unterwegs bin, würfel ich insgesamt mit 16 Würfeln. Acht davon sind hell, acht davon sind dunkel. Und das bedeutet im Endeffekt kann ich dann aus den Ergebnissen und einem vorliegenden, einer sogenannten Kulisse, kann ich ablesen, okay, wen spiele ich hier überhaupt? Und welche Verbindungen haben die untereinander? Und worum geht es in diesem Spiel? Das sind Tabellen, wo ich dann jeweils Würfelergebnisse zusortiere. Und dann stelle ich fest, ich spiele immer mit meinen Nachbarn zusammen, dann stelle ich vielleicht fest, okay, ich bin ein Gangsterboss und meine Nachbarin zur Linken ist meine Geliebte und mein Nachbar zur Rechten ist also mein Lieblingskiller. Das ist meine Verbindung zu denen. Und dann gibt es vielleicht noch einen vierten Spieler, mit dem ich momentan noch keine Verbindung habe, aber dafür haben meine beiden Nachbarn diese Verbindung. Und das sind die ersten vier Würfel oder die ersten zwei meiner Würfel, die ich also einsetze, um diese Beziehung zu etablieren. Und danach habe ich weitere Würfel, um eben weitere Elemente, also einen Ort oder ein Ziel oder einen Gegenstand oder ähnliches zu etablieren. Und während man das tut, entsteht tatsächlich schon ein Teil der Geschichte, weil man sich dann überlegt, wenn man zum Beispiel sagt, was ist denn jetzt das Ziel meines Charakters oder das Ziel irgendeines Charakters am Tisch? Und dann sagt man zum Beispiel, der Killer, der möchte mein Nachfolger werden. Das ist sein Ziel. Oder meine Geliebte möchte sich von mir trennen. Und die wird dann im weiteren Verlauf des Abenteuers versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Und dazu kommen dann die verschiedenen anderen Charaktere und ihre Motivationen und so weiter zusammen. Und so abstrakt das dann klingt, aber tatsächlich funktioniert es im Spiel wirklich sehr gut, weil man gemeinsam die Ideen entwickelt, wie die Charaktere zusammenhängen. Und das funktioniert eigentlich ziemlich, also in den Runden, die ich bis jetzt hatte, funktioniert das immer sehr gut. Also die, 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 es geht dann eher um die, die Charakter, Charaktere untereinander. Ja, nein, es geht eigentlich, es geht, läuft darauf hinaus, dass, ähm, man quasi szenenweise beschreibt, äh, also quasi einer der Haupterzähler ist und die anderen immer so ein bisschen zuschießen können nach bestimmten Regeln. Und, ähm, dadurch jeder nicht nur seinen Charakter spielt, sondern quasi Szenarien aufbaut, in der halt sein, der jeweilige Charakter schon irgendwie mehr oder weniger zentral ist. Äh, aber ansonsten halt auch alles andere drumherum hängt sozusagen. Und die Zielsetzung ist eben eine, daraus eine, eine dynamische und, und, äh, meistens etwas verrückte und wirre Geschichte zu erzählen, während man versucht, diese Verbindungsteile einzubauen. Das sind quasi so Stichwortgeber, äh, was könnte jetzt passieren? Und dann guckt man halt, okay, was, was hat mein Charakter für Verbindungen? Okay, der hat diese Geliebte und die sind verbunden durch das Objekt, das Stoff, die der verstorbenen Tochter und er hat auch den Killer irgendwie und dann kannst du überlegen, wie bei euch das zusammen, dass da was bei rumkommt. Und jede dieser Szenen hat auch immer ein Ziel, was ich als Charakter, ich bin immer dann der führende Charakter, wenn man so will, der Spielleiter der einzelnen Szene. Ich erkenne, ich ernenne also ein Ziel, was ich erreichen will und ich kann mich dann auch noch entscheiden, will ich dieses Ziel erreichen, will ich es nicht erreichen oder will ich die Szenerie beschreiben? Eine dieser beiden Sachen kann ich, also ich kann entweder sagen, ich treffe mich mit meiner Geliebten irgendwo, um sie davon zu überzeugen, äh, bei mir zu bleiben, aber ich lasse, und zwar treffe ich sie in einem Lokal. Dann lasse ich das Ergebnis offen. Oder ich entscheide vorher über das Ergebnis und sage, ich will, dass sie sich entscheidet, zu mir zurückzukommen, dann spiele ich in diese Richtung. Und die anderen dürfen die Szene drumherum beschreiben. Ich kann aber auch zum Beispiel freiwillig verzichten und, äh, also auf einen Erfolg verzichten. Und das ist eigentlich auch das, ähm, das Entscheidende am Fiasko, weil ich will am Ende das Fiasko erleben. Ich will mich selber immer tiefer in die Probleme reinreiten und am Ende soll es wirklich zum absoluten Desaster kommen. Das funktioniert wunderbar. Also am Ende haben wir Häuser niedergebrannt, den heiligen, äh, unheiligen Cthulhu beschworen, äh, uns alle gegenseitig erschossen. Ich weiß nicht, was noch alles, aber eine Runde Fiasko endet eigentlich immer wirklich mit dem absoluten Debakel mehr oder weniger für alle. Das ist der Reiz dieses Spiels. Tatsächlich also diesen Weg in die Katastrophe freiwillig und willenswillig zu beschreiten. Mhm. Aber es ist praktisch, einer ist sozusagen dann die zentrale Figur und die anderen spielen dann sozusagen nur Nebencharaktere. Nee, jeder spielt seine Rolle und wer der zentrale Charakter ist, das, äh, entscheidet sich von Szene zu Szene. Es ist immer der, der gerade aktiv ist. Erst bin ich das zum Beispiel, wenn ich anfange, dann wäre es zum Beispiel die, äh, meine Geliebte. Dann macht die eine Szene mit einem Charakter, mit dem sie eine Verbindung hat und dann geht das immer reihum und, äh, ich kann als nicht beteiligter Spieler, kann ich entweder so in eine Rolle als, ähm, ja, wie kann man das nennen? Ja, NSC kann ich eingreifen, wenn der einer das möchte oder einfach wirklich nur so als Ideengeber oder ich halte mich einfach ganz ruhig und bleib einfach da sitzen. Also das war auf jeden Fall damals so, dass, äh, so wie wir es also kennengelernt haben und, äh, es führt also, das ist eigentlich sehr schön geführt durch die Regeln, weil man verbraucht erstmal, für jede Szene nimmt man einen Würfel, das heißt, man hat genau vier Szenen, bis das Ganze zu Ende ist. Und dann wird geguckt, wie sieht es jetzt aus, ähm, wie schlimm ist jetzt die Lage, weil ich habe vorhin mal gesprochen von den hellen und dunklen Würfeln, ähm, weil jeder helle oder jeder dunkle Würfel, ähm, bedeutet am Ende, je mehr ich von einer Sache habe, desto besser geht es für mich aus. Habe ich also zum Beispiel nachher vier oder, äh, vier helle Würfel, geht es ganz gut für mich aus, habe ich zwei helle, zwei dunkle, geht es schlecht für mich aus und hell und dunkel bedeutet jeweils immer, ich habe es geschafft oder ich habe es nicht geschafft. Das heißt, ich kann mich auch, ich kann mich auch ganz freiwillig immer tiefer, äh, auf gut Deutsch gesagt, in die Scheiße reiten. Und das ist auch mit der Spaß, der da eben bei, äh, passiert. Man spielt eben zwei Stunden, drei Stunden, dann ist so eine Runde vorbei und, äh, am Ende ist eben irgendwas passiert und, ja, eigentlich die meisten der Charaktere, äh, kommen also mehr oder weniger, ähm, mit, äh, Schäden aus der ganzen Sache heraus oder sterben sogar. Also es ist ein ziemlich, ziemlich krasses Spiel in der Hinsicht, dass man sich eben darüber im Klaren sein muss, hier geht es nicht wie bei einem typischen Rollenspiel darum, ein Abenteuer zu überstehen und sozusagen als Held daraus zu kommen, sondern ich weiß, ähm, ich werde mit ziemlicher Sicherheit eben nicht aus der ganzen Sache unbeschadet herauskommen. Ob man daran Spaß hat? Ich fand's toll. Also im Endeffekt, ich weiß schon, wie bei Cthulhu, die Chance, äh, das Ganze zu überleben, ist eher gering. Ja, letztendlich ja. Also wenn ich, äh, wenn man es überlebt, dann wird man zumindest in irgendeiner Form, äh, körperlichen oder seelischen Schaden erleiden und, äh, wie gut oder wie schlecht das dann am Ende ausgeht, äh, wie gesagt, das hängt auch von den Würfeln ab. Man kann das auch so ein bisschen beeinflussen, aber im Großen und Ganzen geht's um den Spaß am Erzählen. Mhm. Okay. Also einen dritten Spielleiter gibt's dann nicht, sondern es ist halt einfach nur derjenige, der jetzt halt grad die, die Szene hat. Genau. Der entscheidet, äh, was jetzt gespielt wird. Und das geht, wie gesagt, reihum. Und der kann mit jedem Charakter, mit dem er eine Beziehung hat, kann eine Szene spielen. Das heißt, wenn wir das Vierer, wenn wir wieder so eine Vierergruppe haben, dann sitze ich sozusagen an einem Ende des Vierecks und am Anfang kann ich mit meinen beiden benachbarten Ecken spielen, aber nicht mit der gegenüberliegenden. Aber wenn ich den zum Beispiel irgendwann kennenlerne, weil das ist gleichzeitig der Freund des Killers und der Bruder meiner Geliebten und dadurch lerne ich den kennen, dann kann ich auch mit dem eine Szene spielen. Dann kann ich auch sagen, wenn ich dran bin, sag ich so, pass mal auf, jetzt rede ich mit dir. Wir zwei treffen uns jetzt. Ich lauer dir in der Nacht auf und drohe dir, wenn du deiner Schwester weiterhin sagst, sie soll mich verlassen, dann werde ich meinen Killer auf dich hetzen. Ohne zu wissen, dass die zwei befreundet sind oder was auch immer. Also solche Szenen können sich daraus auch entwickeln. Und da muss ich mich eben auch drauf einlassen wollen, dass eben wirklich das Chaos dann teilweise am Tisch regiert. Okay, also es ist aber eher eine kurzweilige Sache. Also Kampagnen oder so kann man damit nicht spielen? Nein, das ist ein reines. Das ist aber bei fast allen dieser Erzählspiele ist es so, die sind wirklich auf One-Shots ausgelegt. Das heißt so nach dem Motto, es fehlen welche heute Abend und wir wollen aber trotzdem spielen. Was können wir spielen? Ich hole mal Fiasko raus und dann hole ich eine Kulisse raus, hole ein paar Würfel und dann sage ich, okay, wir spielen heute Abend hier die Kulisse im Nordmeer, auf der Autobahn, viktorianisch, Jack the Ripper, was auch immer. Und das ist bei fast allen. Also ich überlege gerade, ich kenne eigentlich kein Spiel, das spielleiterlos agiert und das wirklich auf mehr als so einen Abend ausgerichtet ist. Weil die meisten haben wirklich dann nur eine Geschichte. Okay. Jens, kennst du, Damian? Für Kampagnen wüsste ich jetzt nicht. Okay. Aber du hast das andere, da gibt es noch ein anderes Rollenspiel, was du sagst, Western irgendwas. Ja, Western City. Ja, es ist ein deutsches Produkt. Ich habe jetzt den Autor gerade nicht auf dem Schirm, aber kann man mit sich googeln. Die Grundidee ist genau das, zu sagen, wir machen jetzt mal ein spielterloses System, die zieht man es am schlauesten auf. Und die Grundidee, also es läuft darauf hinaus, deswegen heißt es auch so, es ist eine Westernstadt. Und jeder hat auch einen Charakter entsprechend dazu. Und es gibt abwechselnd Szenen, also es gibt, die Stadt ist grob definiert oder kann man zumindest so basic-mäßig definieren. Und dann gibt es abwechselnde Szenen mit Action und ohne Action. Also ruhige und schnelle Szenen, sozusagen. Und für jede Szene, oder fangen wir andersrum an, jeder Spieler hat eine bestimmte Ressource. Und für jede Szene kann er mit dieser Ressource bieten, ob er die leitet, also ob er quasi die Position des Spielklass einnimmt. Und am Anfang haben alle gleich viel, aber logischerweise, wenn der erste dann das höchste Gebot abgegeben hat, dann gibt er diese Ressource ab und die wird aufgeteilt auf die anderen Spieler. Sodass er als nächstes vermutlich nicht nochmal dran ist, weil er zu wenig von dieser Ressource hat. Und so wandern diese Szenen halt immer weiter rum, weil immer jemand darauf bieten kann und irgendwann halt immer ein Ungleichgewicht in dieser Ressource besteht. Das heißt, irgendjemand anderer wird sich vermutlich durchsetzen. Und dadurch, also man kann natürlich sagen, es gibt deswegen, also doch einen Spielleiter, aber es sind das alle, ja, weil immer einer eine Szene macht, eine ruhige Szene, was ich irgendwo im Saloon, man bedrinkt sich, man erzählt irgendwas, kriegt irgendwas raus, erfährt irgendwas oder sowas. Oh, hier die Larsenbrüder kommen in die Stadt, wird erzählt und sowas. Und der nächste sagt, okay, Banküberfall, die Larsenbrüder sind da und will die Schießerei oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, das ist mal irgendwie relativ wahllos ausgedacht. Und dadurch hast du halt so eine beständige Rotation drin, das immer weitergegeben wird. Ohne, dass es halt eine feste Ordnung hat, also das ist natürlich im Prinzip immer links weiter, sondern dass es schon gezielt sein kann. Und jemand, der wirklich eine gute, sagt von sich, ich habe eine richtig gute Idee, kann halt eben dann auch mehr bieten oder alles bieten, was er halt hat, weil er sagt, ich möchte das gerne machen. Das ist so die Grundidee. Dann gibt es noch ein paar Details, aber um zu verstehen, wie es funktioniert, ist es, glaube ich, reicht das. Ja, es ist von Jörg Dünnel. Genau, das hatte ich auch gerade nachgeguckt noch. Das hatte ich vermutet, ja. Ja, ja, hallo Jörg Dünnel, weil du es hörst, läuft. Das erinnert mich so ein bisschen, ich habe vor kurzem ein Spiel gehabt, das heißt Everyone is John. Ja, kenne ich auch. Ja, gibt es auch in der deutschen Version und das ist vom Mechanismus her ähnlich. Einer der Spieler ist John. John ist nicht der Hellste und er ist ständig müde. Das bedeutet, ach ja, und John hört Stimmen. Und das bedeutet, dass die Spieler, die anderen Spieler, sind die Stimmen in Johns Kopf. Und sie können darum bieten, dass sie John Sachen einflüstern. Und das bedeutet, ich habe dann am Anfang auch eine gewisse Anzahl an Punkten, die kann ich eben einsetzen und kann eben bieten, um ins Spiel zu kommen. Und ich habe dann aber auch tatsächlich Ziele, die ich erreichen möchte. Also ich möchte, dass John irgendetwas für mich tut. Diese Ziele sind geheim. Keiner weiß die Ziele des anderen. Und ich flüstere John eben Sachen ein, die er jetzt machen soll. Und ob John das dann tut, hängt davon ab, wie gut ich ihm das vorerzähle. Wenn man da einen guten John hat, weil John ist immer derselbe, aber jedes Mal nach ein paar Minuten schläft John ein, wird müde und dann wechselt die Stimme. Und genauso, wenn ich würfeln muss, in bestimmten Situationen muss ich würfeln, wenn ich den Würfelwurf vergeige, dann verliere ich auch die Kontrolle über John. Und dann darf auch wieder jemand anders die Kontrolle über ihn übernehmen. Und das ist ein wunderschönes Spiel, weil man muss, läuft er in komplett unterschiedliche Richtungen. Man muss immer dafür sorgen, dass John das tut, was man selber möchte. Wenn also der eine sagt, ich möchte, dass John heute seiner Liebsten einen Hochzeitsantrag macht und der andere sagt, ich will, dass er seine Liebste umbringt, versuchen beide in die Nähe der Liebsten zu kommen, aber dann versuchen sie eben komplett konträre Sachen mit ihm anzustellen. Und das Ganze endet, sobald einer sein Ziel erfüllt hat. Das heißt, wenn mein letztes Ziel, also mein Endziel, wenn das wäre, John hat ihren Heiratsantrag gemacht, sobald er das getan hat, endet das Spiel. Wenn er sie aber umgebracht hat oder ein anderer hat das aufgeschrieben, endet das Spiel dann. Und so in dieser Art kann man sich auch da eben mit sehr, sehr einfachen Mitteln durchspielen. Ich habe das Anfang des Jahres mal gespielt auf der Helgocon mit Michael Jägers als John. Und ich habe selten ein so unglaublich lustiges Abenteuer oder Rollenspielerlebnis gehabt, weil der Michael also den John so unglaublich gut gespielt hat, so richtig langsam und ja, soll ich das machen? Meinst du, das ist richtig? So ein bisschen Marke Forrest Gump und er musste ständig unterschiedliche Sachen machen. Wir haben uns abgerollt vor Lachen, obwohl wir da im Grunde genommen dabei waren, die Welt zu zerstören. Und das ist nachher auch passiert. Also wir haben die ganze Welt vernichtet, aber wir haben einen Mörderspaß dabei gehabt. Wie hat er denn die Welt vernichtet? John hatte ein Necronomicon und das musste er an einen bestimmten Ort bringen. Und jemand anders wollte das Necronomicon vernichten und wieder jemand anders wollte, dass er es an einen Kult gibt. Und es war also ein ziemliches Durcheinander. Aber es war ziemlich lustig. Vor allem hat sich dann also auch, das ist eigentlich auch das Interessante dabei, es können also plötzlich ganz wilde Sachen passieren, weil man eben nicht weiß, was die Spieler sich einfallen lassen. In unserem Fall war das, dass die Hälfte des Abenteuers in der Nähe eines Restaurants spielte. Weil einer hatte John davon überzeugt, dass er sich in die hübsche Kellnerin verliebt hat. Jemand anders wollte, dass John ein fürstliches Mahl zu sich nimmt, bevor er die Welt zerstört. Und ein dritter wiederum wollte, dass John ein Verbrechen begeht und eben Zechprellerei begeht. Das heißt, wir sind immer um dieses Restaurant herum getigert und die anderen Spiele übernehmen dann die Rolle von NSCs. Und dann irgendwann kam John wieder auf das Restaurant zu und der Restaurantbesitzer, oh mein Gott, da ist der Wahnsinn, die ist schnell ab, wir haben zu, wir haben zu. Also wir haben unglaublich gelacht die ganze Arbeit, wir haben also, ich weiß nicht, drei Stunden oder so gespielt. Aber es ist eben tatsächlich so, dass man das in keinster Weise vorausberechnen kann, weil es eben nicht ein Spielleiter ist, der das Ganze leitet, sondern man hat wirklich die Kreativität von drei, vier, fünf, sechs Leuten, die eben das Spiel dann tatsächlich bestimmen. Das ist eigentlich das Faszinierende an diesen ganzen Themen, an diesen ganzen Spielen. Ja, aber in dem Fall ist es ja, dass es eine Person gibt, der den John darstellt. Ja, aber der leitet ja nicht. Der ist zwar eine zentrale Figur, aber er leitet ja nicht, weil die Befehle geben andere. Was er da, also ich würde dann sagen, John, geh doch mal was essen. Ja, soll ich das tun? Ja, ja, natürlich, du willst doch in das Fischrestaurant, das ist lecker. Ja, dann gehe ich mal da hin, aber ich mag eigentlich keinen Fisch. Ja, aber das ist hier ganz frischer Fisch. Und also man kann sich da so ein bisschen gegenseitig dann eben auch steigern. Das heißt, man versucht ein Ziel irgendwie zu erreichen, wie gesagt, und der andere handelt vielleicht dagegen, versucht aber eben auch nicht, einem wirklich komplett alles zu versauen, weil das ist auch der Spielspaß daran. Es ist also so ein bisschen so eine Mischung aus, ja, so ein bisschen Spielleiter, geleitetes Spiel, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken will. Hm, aber die NSC, also praktisch, wer definiert denn die Umgebung, wo das ist? Das hat normalerweise einer liefert praktisch so ein Szenario vor, nämlich John. Also in dem Fall war es eben einfach so, dass der Michael hatte also ein paar Sachen mitgebracht, die konnten wir, also er hatte eine Tasche dabei, wo ein paar Sachen drin waren. Er hatte also schon so ein bisschen ein Szenario vorbereitet, aber es war eben völlig unklar. Er rannte zum Beispiel da die erste halbe Stunde immer mit dieser Tasche rum und keiner hat ihn gefragt, was in der Tasche ist. Und in der Tasche war eben das Necronomicon. Und erst als er das dann rausgeholt hat, dann merkten wir so langsam, ah, da geht's lang. Aber es ist also schon so, dass man zwar, ja, so ein bisschen wie eine Sandbox vorbereitet, aber tatsächlich, was dann daraus gemacht wird, entscheiden also sehr, sehr stark die Spieler. Das erinnert mich ein bisschen an Siebte See. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gespielt? Also die zweite Version jetzt? Ja, spiele ich gerade. Uh, und Jens? Ich nicht, nee, ist nicht so meins. Ah, okay. Ich weiß es noch nicht, ob es meins ist. Wir sind auch noch ein bisschen unentschlossen. Ich glaube, wir haben das schon mal erwähnt, aber das passt jetzt wieder sehr gut, dadurch, dass die Spieler sehr viel von der Szene selbst entscheiden und auch sagen, okay, jetzt kommt Verstärkung der Gegner, was jetzt manchmal blöd ist. Aber es bringt halt dann zum Beispiel Punkte, mit denen man dann wieder was anderes machen kann. Also wir hatten das letztens, wir hatten letztens unsere erste richtige Spielrunde. Und da war es eben auch so, ich war zwar der Spielleiter, aber die Szene, die sich dann abgespielt hat, da war, da habe ich nur noch reagiert, weil meine Spieler eben gesagt haben, ja, ich hatte einen Spieler, der wollte unbedingt eine Frau abends, also sich im Endeffekt eine Frau aufreißen. Und er marschierte dann los, er hatte so und so viele Steigerungen, also Erfolge, die er dann einsetzen konnte und hat über den Abend hinweg also, ja, diese Steigerungen eingesetzt, wie es ihm in den Kram passte. Es hat nachher nicht funktioniert, aber das war auch seine Absicht. Das fand ich auch sehr interessant. Auch da war es eben so, ich habe diese ganze Szene improvisieren müssen, weil das vom Abenteuer her natürlich gar nicht vorgesehen war. Und der Spieler hatte nachher eigentlich die komplette Kontrolle auch über diese Szene. Der konnte dann auch sagen, ja, ich mache jetzt dies und das, das gelingt mir, weil ich habe noch die entsprechenden Erfolge. Und jetzt am Ende habe ich die Erfolge nicht mehr, aber ich habe eben, ich kann damit jetzt sozusagen freiwillig scheitern und dann passiert mir eben etwas Lustiges und ich kriege vielleicht von der Frau eine geschallert oder ich werde von irgendwelchen Wachen erwischt und muss mich jetzt dann verteidigen und weglaufen, weil dann wechselt ja die Szene und all sowas. Also da sind auch solche Elemente drin. Ich habe sowieso das Gefühl, dass dieses Player Empowerment oder wie auch immer man das nennen möchte, sowieso also immer stärker in Spiele Einzug findet. Und den Spielleiter zumindest, ich sage mal, seine, ja, wie will man es nennen, seine Allmacht, die er früher mit Sicherheit inne hatte, so zu DM-Zeiten, also Dungeon-Master-Zeiten, die wird ihm mit Sicherheit heute genommen. Und das ist auch, glaube ich, an vielen Stellen sehr interessant, weil man eben tatsächlich, ja, tatsächlich mit den einzelnen Spielern und deren Ideen das Spiel viel offener und auch eventuell viel interessanter gestalten kann. Habt ihr, ähm, oder andersrum, findet ihr, dass das eine gute Entwicklung ist? Was meinst du jetzt? Die, das, ähm, praktisch, dass du die Entscheidung aus der Hand des Spielleiters in die Hand des Spieler zu legen. Ich finde, es ist so ein bisschen ein zweischleidiges Schwert. Man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man das spielt, dass man als Spielleiter eben möglicherweise was ganz anderes spielt, als man sich vorgenommen hat. Wenn ich jetzt also sage, ich bereite ein Spukhaus-Abenteuer vor und meine Spieler sagen dann, was, Spukhaus? Nee, da haben wir Angst, da gehen wir gar nicht erst rein. Dann ist das natürlich, ähm, so ein bisschen unbefriedigend möglicherweise für mich als Spielleiter. Aber auf der anderen Seite, wenn ich also so eine Szene habe, ja, wie jetzt mit meinem, äh, äh, Verführer bei Siebte See, der sich dann selber damit auch noch, äh, das, sein eigenes Grab gräbt sozusagen, ähm, das sind wahnsinnig tolle Szenen, finde ich. Und generell halte ich also Player Empowerment, wie man es ja so schön nennt, äh, für eine gute Sache, solange man sich darüber einig ist, wie weit man das tut. Also wenn tatsächlich einer, ähm, so ein Gesamtplot damit, äh, ja, ich sag mal entgleisen lässt und damit vielleicht, äh, dem Spielleiter und den anderen Spielern, äh, irgendwo den Spaß nimmt, finde ich es nicht gut. Also man sollte sich darüber im Klaren sein, ob sowas passieren soll, oder, äh, ob ich eben, äh, auch der Spielerbeteiligung, also Mitbeteiligung im Sinne von, äh, Abenteuerplot entwerfen, wo ich dem die Grenzen aufsetze. Hm. 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 Oh, ähm, hast du das ein bisschen, ähm, im Bäronomikon auch umgesetzt? Bei einigen Sachen. Das ist, äh, es gibt leichte Klamotten, es gibt beim Bäronomikon, gibt es dieses, äh, was ich da das Und bezeichnet habe. Das ist, wenn ich mehr Erfolge erziele, als ich eigentlich brauche, dann bekomme ich ein Und oder mehrere Und. Und das bedeutet jedes Mal, ich kann mir was Besonderes noch ausdenken. Also ich kann einen extra Erfolg erzielen, also irgendwas ganz Besonderes machen. Oder tatsächlich auch so, äh, Plottelemente noch mit reinnehmen, dass ich sage, hier, ich finde jetzt dies und das. Oder ich kenne hier jemanden, der das und das kann. Sowas finde ich super. Das bringt auch unheimlich viel. Ähm, wovor ich so ein bisschen zurückschrecke, ist halt tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, wenn ich von vornherein mir also, eine gewisse Plotstruktur übernehme und mir mit meinen Spielern auch darüber, äh, einig bin, dass wir das spielen wollen. Also beispielsweise jetzt, ähm, ein Geisterhaus oder sonst irgendwas. Sollte es meines Erachtens nicht, ähm, oder führt es eigentlich eher in Probleme, wenn ich jetzt, ähm, einfach durch ein gewisses, äh, äh, Player-Empowerment, äh, dann dafür sorgen kann, dass der erste Spieler, der das Haus betritt, äh, setzt sozusagen irgendetwas ein und sagt, ja, ich weiß jetzt das Geheimnis dieses Hauses, wie sieht es aus? Mhm. Das heißt, ich hau das Abenteuer, was eigentlich geplant war, so ein bisschen kaputt. Das finde ich dann ein bisschen schade. Also ich denke, da kann man, äh, andere Methoden finden oder das ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen für sich selbst einschränken. Mhm. Und jetzt? Ähm, grundsätzlich, ähm, dass es das gibt, finde ich eine schöne Sache. Man hat halt dadurch mehr, mehr Auswahl. Es gibt ja dem, dem, dem Rollenspiel quasi etwas mehr, etwas mehr Breite in der, in der Möglichkeiten, was man so spielen kann. Ich halte es nicht für jedes System und für jedes Spiel sinnvoll. Ähm, ich halte es auch nicht für jeden Spieler für sinnvoll. Ähm, aber so als Teilelement, das man in bestimmten Spielen verwenden kann, ist das durchaus eine interessante Entwicklung. Ja. Und hast du in DSK das irgendwie eingebaut? Ähm, im eigentlichen Regelwerk gibt es als, äh, quasi Minimalbausteine, was das angeht, die Schicksalspunkte. Aber da kann man diskutieren, ob das wirklich Player Empowerment ist oder nur eine zusätzliche Ressource. Da war das bei, was weiß ich, bei Shadowrun 3 mit Karma oder auch schon, glaube ich, Shadowrun 1, glaube ich, schon mit Karma Pool und sowas auch schon alles gehabt. Und da würde niemand sagen, dass das irgendwie was mit Player Empowerment zu tun hat. Ähm, es gibt für, äh, es gibt noch diese Erzähl-Kinder-Regeln im Kompendium, äh, die sehr, sehr einfach und gehalten und sehr kompakt sind. Und da gibt es einen optionalen Regelaufsatz für Erzählrechte, wo man über, äh, eine Ressource, äh, Szenen quasi kaufen kann, wo man dann selber erzählt. Aber das ist quasi ein alternatives Zusatzregelwerk eben für, äh, sehr spezielle Anwendungen, das mit dem eigentlichen DSK so nicht viel zu tun hat, außer dass man halt die gleiche Welt bespielen kann damit. Oder auch DSK, wenn man will. Aber es sind, könnte man denn ein Spiel, dadurch, dass ihr beide auch jetzt Regelwerke entwerft, könnte man sowas bauen mit einem Abenteuer? Also so im Endeffekt sowas wie ein Solo-Abenteuer für eine Gruppe? Hä? Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie du das meinst. Also im Endeffekt Solo-Abenteuer gibt es ja schon. Ich hab halt das Buch und, ähm, wenn du nach links willst, äh, geh auf Seite, äh, 36.87. Ach, ich weiß, was du meinst. Okay, ähm, ich sag mal so. Wenn man, ähm, ich werd das, ich werd das ein bisschen theoretisch, da müssen wir uns das alle festhalten. Wenn man davon ausgeht, dass, äh, das, äh, GNS-Modell nicht völlig abwegig ist, äh, kann man sagen, dass, wenn man die verschiedenen Spielstile ins Extrem zieht, man irgendwann den Bereich verlässt, wo man Spielleiter braucht. Das ist im gamistischen Bereich zum Beispiel sowas wie HeroQuest oder Decent, ja, wo man also in diese brettspielige Richtung geht. Bei der Simulation, wenn man sagt, es geht um Charaktersimulationen im Sinne von Persönlichkeit und so weiter, könnte man sagen, das ist Impro-Theater. Oder eben, wenn's um Narration geht, eben sowas wie Fiasko oder ähnliches. Ähm, das ist natürlich eine steile These, das kann man auseinandernehmen, aber nur, um das mal so als Gedankengang festzuhalten. Ähm, und deswegen, ja, also, wenn ich kann HeroQuest spielen, ähm, das ist dann sehr, oder sowas wie Silver Tower für Warhammer oder sowas, ähm, und das geht dann in die Richtung. Das ist dann, äh, weil das häufig ja auch vorgesetzte Szenarien sind, oder auch Aventuria oder sowas, das sind ja alles Brettspiele oder, oder Kartenspiele mit, mit Rollenspielelementen. Das heißt, du bist in diesem Randbereich. Ähm, deswegen klar geht das. Genauso wie, wie Fiasko, auch wenn es natürlich dann sehr improvisiert ist, durch, durch seine Struktur oder improvisierend. Ähm, auch das ist ja ein Randbereich. Da kann man auch sagen, ist es wirklich ein Rollenspiel oder ist es eher ein Erzählspiel? Weil die Darstellung der Rolle gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern jeder ja auch die Welt mitbeschreibt. Ähm, von daher, ja, gehen tut das. Ob man das will, ist die Frage. Aber, äh, ich denke, technisch umsetzbar ist das natürlich. Hm. Also, wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du im Endeffekt, eine Gruppe setzt sich hin und erlebt ein Abenteuer, aber es sitzt, ihnen sitzt kein Spielleiter gegenüber. Genau. Ähm, geht, was so in die Richtung geht, äh, ich hab vor einiger Zeit mal Time Stories ausprobiert. Das ist ein Brettspiel. Oh ja. Und bei Time Stories ist es tatsächlich so, ich hab einen vorbereiteten Satz mit Karten und, äh, diese Karten, und eventuell noch andere Elemente, ähm, sind praktisch ein Fall, wie es da benannt wird. Oder ein Abenteuer, könnte man genauso sagen. Und, äh, ich weiß als Spieler nicht, was hier passiert. Also, zum Beispiel in dem ersten, ähm, Fall, den man also bespielen kann, äh, gehe ich zum Beispiel in der Zeit zurück, darum Time Stories, und, äh, lande in einer, äh, in einem Sanatorium. Und ich weiß in diesem Sanatorium stimmt irgendwas nicht. Was da nicht stimmt, weiß ich nicht. Und, äh, das Spiel ist dann so aufgebaut, dass ich, äh, durch das Sanatorium laufen kann. Wenn ich bestimmte Räume betrete, ähm, werden Karten aufgedeckt, oder, äh, äh, die mir also Spielmöglichkeiten geben, oder Zusatzbretter, glaube ich sogar. Es ist leider schon eine Weile her. Und, ähm, dann kann ich praktisch sagen, okay, ich habe jetzt eine bestimmte Anzahl von Aktionen, die ich machen kann. Jetzt spreche ich mal mit der Krankenschwester. Und ich als zweiter Charakter spreche mit dem Arzt. Und dann bekomme ich Informationen, oder ich bekomme weitere Aktionen freigeschaltet. Ja, wenn ich also zum Beispiel eine Ecke suche, finde ich eine Geheimtür. Und wenn ich durch diese Geheimtür gehe mit den anderen, äh, dann öffnet sich mir ein neuer Raum. Und dann bekomme ich wieder neue Karten. Und, äh, das Erlebnis ist tatsächlich relativ nah an einem Rollenspiel dran. Also, ich war ziemlich überrascht. Wir haben es also ausprobiert. Und, ähm, es ist tatsächlich ohne einen Spielleiter, das wird alles durch das Spiel selbst erledigt. Und, äh, man hat aber wirklich so eine gewisse, ja, also, ich muss Hinweise finden, ich muss, äh, Dinge tun, äh, die mich auf bestimmten Wegen, äh, dann ans Ziel oder auch ins Verderben führen. Wenn sie mich ins Verderben führen, muss ich wieder ganz am Anfang starten. Das heißt also, ich komme mit einem neuen Charakter praktisch wieder rein. Ähm, und letztendlich gibt's auch eine Auflösung, äh, für diesen ganzen Fall. Es ist natürlich nicht so frei wie normales Rollenspiel, aber vom Spielgefühl her kommt es also zumindest so einem Solo-Abenteuer mit Sicherheit ziemlich nahe. Und es macht sie, es macht Spaß. Ja, also, man muss dazu sagen, ich hab's auch schon mal gespielt, ähm, es hat natürlich sehr viele narrative Elemente, so ist es nicht. Aber es läuft eben darauf hinaus, was man vielleicht erwähnen muss, das heißt deswegen, Time-Stories, weil man irgendwie als Zeitreisender diese Situation immer wieder neu erleben kann. Das heißt, wenn man's einmal nicht auf die Reihe bekommen hat, startet das ganze Ding nur mal von vorne. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass du so eine Art perfekten Ablauf erkennen musst. Also, man muss wissen, okay, ich brauche diesen Schlüssel, weil nachher haben wir später gesehen, dass da diese Zelle ist und da muss ich jemanden befragen und der muss mir dann irgendwas geben, dann bin ich wieder da und da, um am Ende zum Ziel zu kommen. Und dafür hast du halt drei oder vier Anläufe, also wo die Zeit angehalten, quasi beendet wird und das Ding nur mal von vorne anfängt, um diesen perfekten Ablauf quasi herauszufinden. Das ist eigentlich das Spielziel, wenn man ganz ehrlich ist. Und darauf läuft's halt hinaus. Und du hast halt natürlich zwangsläufig vom Medium her deutlich geringere Freiheitsgrade als bei einem Rollenspiel, weil es halt, also es gibt halt niemanden, der improvisieren kann. Und also mir persönlich, ich hab mit dieser Wiederholung, ich seh das tatsächlich narrativ so ein bisschen als Schwäche an, also weil du halt am Anfang, also nach dem zweiten und dritten Anlauf hast du so die erste Hälfte rausgeknobelt, wie weit du kommen musst, was du vorher machen musst. Und dadurch hast du halt immer nach dem zweiten, dritten Zeitsprung einen Ablauf. Da weißt du ganz genau, ich muss jetzt da lang gehen, dann muss ich den ansprechen, dann muss ich den Knopf drücken und eine bestimmte Reihenfolge, die ich ablaufen muss, damit ich dann weiterarbeiten kann in dem Bereich, wo ich noch nicht war. Und dadurch verliert das auch sehr stark wieder an Charme, weil dieses Entdecken, also die Exploration, die ja relativ wichtig für das Spiel ist, da einfach völlig rausfällt, weil du einfach nur abnudelst, was du rausgefunden hast. Und ja, das war so ein Ding, also grundsätzlich finde ich die Idee ganz interessant und man kann da sicherlich auch viel Spaß mit haben, aber das fand ich durchaus ein Schwachpunkt in dem System. und dass dieser Fall, der in der Box drin ist, dem merkt man halt auch an, dass der für was ganz anderes entwickelt wurde und dann quasi mit einem schweren Gegenstand in diese Rahmenhandlung, man muss ja immer diese Zeitlöcher oder Zeitrisse oder Anomalien finden, dass das eigentlich überhaupt nicht da reinpasst, weil am Ende, es ist halt eher so was Richtung, Richtung Suluida Mythos und das hat halt mit Zeitparadoxen eigentlich nichts zu tun. Also die Spielmechanik wurde erst nach der Story eingebaut, meinst du? Nee, aber die haben diese Idee mit dem Kartenspiel, das man mehrfach durchwandern muss, haben die zwar gemacht, aber die haben dann relativ, ich vermute es, es ist ein bisschen reverse engineering, ganz am Ende halt, weil sie gedacht haben, okay, das ist cool, das wollen wir gerne mit verschiedenen Szenarien haben, haben sie eine Erklärung gesucht, warum man verschiedene Szenarien damit machen kann und das hat diese Grunderklärung, ja, wir sind so eine Art Zeitreisepolizei und wir müssen alles reparieren, wenn was kaputt geht und deswegen kommt er in dieses Szenario rein. Eigentlich ist das aber eher so was tatsächlich so, wie nennt man das, American Gothic Horror, was eigentlich mit diesem eher technologischsten Zeitreise-Ding eher jetzt nichts zu tun hat. Das stimmt schon, wir hatten also auch das Problem, oder was heißt das Problem, wir haben halt auch dann ein, zwei Mal mussten wir noch durchlaufen und dann mechanisiert man das, aber ich muss sagen, mir hat es also trotzdem insofern Spaß gemacht, weil ich gesagt habe, ja, jetzt muss ich den ersten Teil, muss ich jetzt mal so mechanisch ablaufen, aber danach bekomme ich dafür auch wieder was Neues zu sehen und ja, es mag durchaus sein, dass das, ich sag jetzt mal ein bisschen auf ja, gedrückt ist oder wie auch immer man das nennen möchte, aber ich fand es trotzdem sehr spannend, das Ganze also in dieser Form mal zu erleben, weil es halt wirklich eine ganz andere Art zu spielen ist, als tatsächlich ein Rollenspiel oder ein normales Brettspiel. Also ich denke tatsächlich, man kann daher sagen, es ist so ein bisschen in so einem Grenzbereich, wo halt der Spielleiter quasi in der Form nicht mehr existiert und dadurch ist man eben in diesem Grenzbereich in dem Fall zum Brettspiel. Ja, und das kann man glaube ich in allen Fällen sagen, wo der Spielleiter irgendwann nicht mehr als Position nicht mehr existiert, dass man sich dann irgendwann quasi in so einen Randbereich begibt, von Rollenspielen zu anderen Genres. Also man ist zumindest, ist es eben was anderes. Ich sag jetzt mal, nicht jeder, der jetzt Rollenspiel macht, wird sich bei einem spielleiterlosen Erzählspiel oder auch bei so einem Spiel glücklich fühlen, weil er einfach sagt, okay, da fehlt mir was oder da ist mir irgendwas zu viel. zum Beispiel jetzt also dieser gamistische Aspekt bei Time Stories oder eben diese ja, ich sag mal, diese wirklich rein improvisierenden Geschichten wie Fiasko oder Lovecraft-Task und ähnliche Sachen. Also Dinge, wo ich wirklich sehr viel erzählen muss und gar nichts würfeln oder so gut wie nichts würfeln. Das hat man ja auch. Wobei es sich, glaube ich, weniger am Würfeln liegt, sondern also meiner Beobachtung nach zumindest, das ist ja alles sehr subjektiv. Der Haken ist, dass es durchaus Spieler gibt, die überhaupt kein Interesse daran haben. Also die wollen gar nicht großartig definierend und erzählend tätig sein. Die wollen einen schönen Abend Rollenspiel spielen, die wollen ein bisschen würfeln, die wollen ein bisschen Spaß haben und die, manche können das nicht und manche haben da auch einfach kein großes Interesse dran. Ja, also ich denke auch, dass, wenn man sich ein Spiel anguckt, bleiben wir jetzt einfach mal bei Fiasko, dass man dann mit Sicherheit einen Spieler hat, der einfach sagt, da komme ich nicht mit. Also meine erste Fiasko-Runde, die lief mit drei Rollenspielautoren und einem normalen Spieler. Das war für den normalen Spieler verdammt schwer, weil er mit drei Leuten da zusammengesessen hat, die alle gesagt haben, ja, so okay, improvisieren, da kriegen wir was hin und er war dann auf einmal, ja, immer so ein bisschen dabei zu versuchen, hinter uns her zu hecheln. Ich habe das nicht mal erlebt, also das ist auch sehr archetypisch fast schon, bei Shadow and Anarchy, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, wo man ja auch so reihum die Szenen weiter beschreiben kann, quasi und wir hatten, also die hatten, die haben natürlich noch einen Spielleiter, aber der hat halt eine deutlich moderierendere Rolle als so beispielsweise Shadow and und also wir hatten einen Spieler dabei, der hat alles mögliche gemacht und irgendwelche wüsten Ideen reingeschmissen. Wir hatten einen Spieler, der eigentlich Shadow and spielen wollte und alles, was der eine an sich an gruben Zeug ausgedacht hat, wieder quasi weggebügelt hat und begradigt hat, um wieder zu seinem Plot zu kommen quasi und einer, der war, der konnte das nicht und der wollte das auch gar nicht und hat immer gesagt, ja, weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll, ich schiebe mal weiter, erzähl du mal weiter. Also der wollte diesen erzählerischen Teil gar nicht machen, weil er mit überfordert war und auch keinen Bock drauf hatte und das fand ich sehr archetypisch, weil der eine bläst halt Kreativität und raus, jetzt nicht unbedingt, Kreativität an sich ist ja kein Qualitätsmerkmal, man kann sich auch Bullshit ausdenken, muss man sagen, also manche Leute sind sehr kreativ und kommen auch Blödsinn bei rum und der andere wollte halt sein Genre durchziehen und der dritte konnte es einfach nicht und das hat, diese Runde hat auch nur, glaube ich, eine Runde, also einen Abend bestanden, weil das einfach nicht funktioniert hat, aber es hat sehr schön gezeigt, wo die Probleme so liegen können. Ja, also das deckt sich sehr stark auch mit meiner Erfahrung, also ich habe mal das Spiel, was ich eben schon mal kurz erwähnt habe, Lovecraft Task, geht es also auch darum, eine Lovecraft Geschichte sozusagen zu entwickeln, reihum, man ist immer erst der Spieler und der davor ist der Spielleiter, dann macht man eine Szene und danach wechselt das, dann bin ich, der ich gerade gespielt habe, der Spielleiter und der nächste Spieler, also der nächste, mein Nachbar, ist jetzt der Spieler, aber wir spielen immer denselben Charakter. Das heißt, die Story entwickelt sich also reihum und man kann das immer so ein bisschen beeinflussen, als Spieler wie auch als Charakter, aber das Entscheidende auch dabei war, wir hatten also einen in unserer Runde dabei, als wir das gespielt haben, den mussten wir tatsächlich auch, wir sind dann wirklich mal Outtime gegangen, und haben gesagt, haben dann gesagt, hier, wir helfen dir mal kurz, weil er kam nicht weiter, er saß dann auch und sagt, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll und dann haben wir einfach mal so ein paar Ideen reingeworfen und dann hat er sich auch zurechtgefunden, aber ich glaube, der würde das nicht nochmal spielen. Also deswegen, ich glaube, mit einer Runde D&D kommt, glaube ich, oder DSA oder Name It, also dem, ich sage mal, Mainstream, das klingt immer so nach Hipster, aber also die Mainstream-Systeme, da kommt eigentlich, wenn man nicht ernste Probleme mit dem Hintergrund hat, eigentlich jeder, klar, aber solche, ich sage mal eher Special-Interest-Sachen sind eben Special-Interest, das gibt halt Leute, die das nicht wollen oder nicht können. Ja, absolut. Und ich, ja, und es gibt halt auch Sachen, deswegen, also ich bin jetzt auch nicht so der Fan davon, also Fiasko, also rein vor, ja, Fiasko ist eben für mich kein Rollenspiel, das ist ein Erzählspiel und dadurch habe ich damit kein Problem, aber wenn das so Mischformen annimmt, also mit so einem, so einem Teil, Erzählrechtehandel, aber nicht komplett, dann habe ich da, also das ist, da mache ich Schwierigkeiten, habe ich nämlich vielleicht nicht, aber ich finde es einfach nicht cool, das macht mir keinen Spaß, weil entweder ich mache ein Rollenspiel, wo es auch um Herausforderungen geht und Nachdenken und Taktieren und vielleicht Rätsel lösen oder was auch immer, ähm, oder ich erzähle frei ähm, und denke mir irgendwelche lustigen Sachen aus, wo es halt wirklich um die Narration geht, ähm, aber dann kann ich eigentlich auch eine Kurzgeschichte schreiben oder irgendwie sowas, ja, also von daher, ähm, erscheint mir, also für mich ist es nicht das richtige Medium, das Rollenspiel, Erzählspiel ja, Rollenspiel, also mit einem festen Charakter und so, also in so einer, in so einer Mischsituation, ja, mal als Experiment oder was Spaß macht, aber auf Dauer, glaube ich, würde ich das nicht spielen wollen. Ich sag mal, man spielt es ja letztendlich nicht auf Dauer, sondern es ist ja tatsächlich sowas für einen Abend und da wechselt man. jetzt spiel ich mal dieses und mal jenes System. Ich weiß aber, was du meinst, nur, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, du möchtest mehr so taktisch oder taktieren und du möchtest mehr Rätsel lösen und sonst sowas, also ich sag mal so, das klassische Rollenspiel, wie man es also, äh, ja, ich sag mal aus D&D, DSA-Richtung schon herauskennt, das ist dann zum Beispiel eher etwas, was mich nicht so abholt, sondern ich bin dann tatsächlich eher so in der Richtung unterwegs, ich möchte eben viele Geschichten erzählen und, äh, ich muss jetzt aber nicht zum Beispiel irgendwie die Rätsel der Sphinx lösen oder, äh, muss irgendwie ein Dungeon durchlaufen oder sonst irgendwas. Ich denke, ich denke, das ist halt tatsächlich einfach so ein bisschen Spielertypus abhängig, was einem gefällt und, äh, woran man jetzt also den meisten Spaß hat. Ja, klar, also das nur, weil mir etwas nicht gefällt, als wenn ich etwas anderes nicht gefällt. Der Knackpunkt, denke ich, oder der Dreh- und Angelpunkt ist eben diese Meta-Ebene, dass, äh, man, ähm, sein, also quasi diese, diese Ebene des, des eigentlichen, äh, Charakterspiels und, äh, der Interaktion mit der Welt, was auch mit Immersion, finde ich, zu tun hat, verlässt und auf eine Meta-Ebene geht und sich überlegt, okay, was wäre denn jetzt für die Handlung interessant? Darum geht's ja eigentlich. Es geht ja gar nicht zwingend um den Charakter, ob der irgendwas, äh, Interessante, oder Spannendes macht, sondern ob die Gesamthandlung davon profitiert, was ich da gerade tue. Und das ist für mich, äh, eine andere, andere, äh, Denkebene sozusagen, die interessant ist, sonst würde ich nicht in dem Bereich arbeiten, aber die am Spieltisch für mich keine Rolle spielt oder eine sehr, sagen wir mal, eine überschaubare Rolle, äh, vielleicht auf meinen Charakter, wenn ich in Spiele fokussiere, aber nicht für die, für die Gesamtheit der Narration sozusagen. Und ich würde das genau andersrum für mich aufsetzen, weil ich finde das total spannend, wenn ich merke, ich komme zum Beispiel zu leicht durch ein Abenteuer durch oder ich habe zu wenig, ja, Konfrontationspunkte in einem Spiel, in einem Spielabend, ähm, würde ich jetzt keine blöden Aktionen reiten oder so, aber dann freue ich mich, wenn mir mal der entsprechende Würfelwurf misslingt oder wenn mein Charakter tatsächlich mal etwas missverstehen kann oder wenn ich einen seiner Nachteile ausspielen kann, also, wirklich, durch mein Handeln Probleme verursache, die ich jetzt im Abenteuer einsetzen kann oder die mein Spielleiter einsetzen kann, um, äh, sie gegen mich zu verwenden. Aber da brauche ich ja keine, weder Erzählrechte, noch Pläne, am Powerment für. Nee, brauche ich nicht unbedingt, aber das hilft natürlich, äh, auf eine gewisse Art und Weise auch, wenn ich, äh, sage, hier, ich kann mir jetzt meine eigenen Probleme sozusagen erzählen. Ja, aber das kann, das kann ich ja auch so, also, äh, gut, das ist, man muss halt gucken, mit wem man spielt, also, wieso was für ein Spiel, die die Gesamtgruppe hat, weil, äh, das fällt ja ansonsten doch arg Richtung Taschen am Fallenlasser und die sind jetzt auch nicht überall beliebt. Aber wenn das für alle Beteiligten okay ist und man sagt, okay, das ist halt auch Charakterdarstellung, Charakterspiel, der Charakter ist halt irgendwie so ein bisschen, der hat halt so seine Macken und Nachteile und so, ähm, mein Gott, ich hätte ein Problem drin, aber dafür brauche ich eben diese, diese Play, also dieses, dieses Erzählrechthandel etc. nicht, ne, sondern ich kann einfach sagen, das ist halt jetzt so. Gerade weil, ich meine, viele, auch alte Systeme haben ja sogar dieses ganze Vor- und Nachteil, gedöhnt sind mit dabei. Ja, klar, das geht schon, aber wie du schon sagtest, also, ich glaube, in manchen Gruppen würde man so einen Spieler wie mich hassen. Also, ich sag mal, äh, das Beispiel, was ich immer nennen kann, ist Michael Mingers von Adorp, beziehungsweise von Ulysses, der, äh, ja tatsächlich sehr stark eben diesen, äh, äh, Rollenspiel als taktische Herausforderung, diesen Aspekt in den Vordergrund stellt. Und, äh, wenn wir zwei in einer Gruppe wären, ich glaube, der würde irgendwann nach der Hälfte des Abends durchdrehen, ähm, weil ich eben, äh, tatsächlich ziemlich anderen Spielstil favorisiere und den eben auch spannender finde. Und wenn mich jetzt ein System dabei noch unterstützt und mir sagt, du hast die Möglichkeit, sowas zu erschaffen, eben Probleme nochmal zu erschaffen oder, äh, weil ich dann bestimmte Erzählrechte kaufe oder so, was ich mal positiv, mal negativ nutzen kann, finde ich das, ähm, ich sag mal, dann finde ich das eben spannend. Gebe ich ja zu. Tja, also, widerspreche ich ja auch nicht. so, so, ich glaube, jetzt haben wir aber den guten Preuß so lange zugetextet mit allem, ich glaube, der war einfach zwischendurch gar nicht da, der hat sich noch eine P- da geholt. Ich bin, ich hatte, ich hatte witzigerweise ist mein Internet ausgefallen kurzzeitig. Siehst du, und wir haben Profis, wie wir sind, haben wir das überbrückt, in dem wir jetzt richtig tief in uns gegangen sind und quasi die, wir haben Erzählrechte verteilt ohne Moderator. Ja, unglaublich. Das ist ja ein perfektes Beispiel. Aber du als unser Chef, hast du denn noch Fragen? Das ist gar nicht so, also, ich persönlich, ich habe da, oder andersrum, Ulysses hat jetzt zum Beispiel gerade mit dir die DSA Einsteigerbox rausgebracht, und ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ich weiß nicht, hat jemand von euch schon gesehen? Ich habe mal die Box gesehen, aber nicht den Inhalt. Ah, okay. Ich bin doch ein Non-DSAler. Okay. Also, die haben jetzt praktisch als, also, meine Frage bezieht sich da eher auf die Richtung, kann man das als Einstieg benutzen sozusagen, mit zusammen gegen das System und irgendwann entwickelt sich daraus ein Spielleiter. Und die haben es jetzt wohl so gemacht, dass sie, man packt die Box aus, jeder sucht den Charakter aus und dann hat den jeder erstmal eine halbe Stunde oder eine Viertel oder eine Viertel oder eine halbe Stunde, ich glaube, so eine halbe Stunde ein Solo-Abenteuer und dann kommt das klassische Meistern halt dazu. Das ist die Frage, wenn man so einen Einstieg nicht halt gegen das System machen kann, wie zum Beispiel ein Gruppenabenteuer als Solo-Abenteuer, ein Solo-Gruppenabenteuer. Ja, du hast halt das Ding, wie die Interaktion ist. Eben, du hast halt das Ding, dass du da, also die große Stärke, ja, das große Ding des Rollenspiels ist die enorme Handlungsfreiheit, die du dadurch generierst, dass du einen improvisierenden Spielleiter hast. Und diese Impositionsfähigkeit und Darstellungsfähigkeit kriegst du halt nicht mit einem Buch oder so Abenteuer, und auch wenn es mit mehreren Spielern ist, so ohne Weites dargestellt. Zumindest im Ideal. Also es gibt Spielleiter, die spielen so, aber das sagt mir über die Spielleiter aus, also über das Rollenspiel an sich. Also ich denke auch, wenn ich eine Gruppe habe von Leuten, die alle sagen, ich möchte mal Rollenspiel machen und keiner von denen hat Ahnung und sie kennen auch niemanden, dann ist so ein Verfahren wie jetzt das, was du gerade geschildert hast, ist wahrscheinlich ganz interessant. Wobei ich mich dann frage, du hast vier Leute, die haben vier Charaktere und dann sagten sie so, und jetzt muss einer von euch muss jetzt der Spielleiter sein. Ich glaube, der fünfte liest sich währenddessen das Regelbuch durch. Ach so ist das. Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Der fünfte ist dann, der Spielleiter liest sich praktisch das Abenteuer und Regelwerk durch. Ist natürlich insofern schwierig, weil ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass ein Spielleiter tatsächlich eine komplexere Aufgabe ist, als irgendeine beliebige Rolle zu spielen. Und von daher hat dieser eine, der also jetzt als Meister dann sozusagen auserkoren ist, der hat natürlich jetzt den schwierigeren Teil, weil die anderen sind dann fertig, die sagen, okay, ich weiß jetzt, wie mein Charakter ist, ich kenne vielleicht auch die Regeln schon und dann steigen sie ein. Ob man da... Ich kann nicht vergessen, wenn du fünf Anfänger da hast, die man sowieso keinen vergleicht, also was auch immer der tut, solange das nicht in einer totalen Katastrophe endet, ist es mal cool. Das ist richtig. Weil es einfach, das ist so, ich meine, wenn man sich überlegt, wie unser eins angefangen hat, oder der typische Altherren-Rollenspieler oder Alt-Damen-Rollenspieler oder Rollenspielerin, hat dann mit 12, 14 angefangen, irgendwie mit einer, was auch immer, DSA, Midgard, D&D, sonst was, Box. Und die haben am Anfang auch nur Sachen gemacht, wo sie selber nachher sagen würden, boah, war das scheiße. Aber in dem Moment, wo sie es gemacht haben, einfach auf Mangelsvergleich, war das schon cool, sonst hätten sie es ja selten, sehr nicht weitergemacht. Und deswegen ist es immer so sehr, ist es immer so ein bisschen einfach zu sagen, ja, was sie da machen, ja, das ist ja nicht wirklich gut. Man sagt, ja, aber sie machen was. Und da bin ich schon happy. Ja, so war es auch nicht gemeint. Ich glaube, dass es besser oder schöner ist, wenn man jemanden tatsächlich als Spielleiter findet, der jetzt sagt, okay, ich leite was für euch, ihr sucht euch Charaktere aus, wir spielen sozusagen den Einstieg der Charaktere einfach mal so, one on one. Also ich spiele als Spielleiter mit jedem von euch separat und dann treffen wir uns und dann geht's richtig los. Das heißt also so, dass wir schon den einen haben, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ich glaube, das ist, ja, letztendlich wäre das der idealere Weg, weil man dann eben, weil der eben schon so ein bisschen Erfahrung hat und eben nicht, also meine Befürchtung wäre immer, dass der Neumeister sich sozusagen davon dann überfordert fühlt. Das ist, glaube ich, heute auch schwerer noch als so zu unserer Zeit, weil eben heute alle schon, ja, ich sag mal, zu unserer Zeit war es eben das Coole, es war was ganz Neues und es gab eben noch nicht diese Computerspiele in der Form, aber heute, wenn du sagst, hey, ich möchte mal Rollenspiel ausprobieren, ja, dann haben die Leute irgendwo so ein anderes Hinterkopf, so nach dem Motto, das ist wie das und das Computerspiel oder wie das und das Onlinespiel und dann kann der Spielleiter da vielleicht nicht mithalten oder fühlt sich so, als ob er nicht mithalten kann. Also ich glaube, das ist heute schon ein bisschen anders, als es vor 30 Jahren oder so war. Ja, anders schon, aber ich sehe das tatsächlich nicht die Problematik dahinter, ganz ehrlich, weil es eben doch wieder was anderes ist und es hat ja eben durch das Soziale und den Freiheitsgrad eine ganz andere Bedeutung. Natürlich ist es toll, wenn jemand dabei ist oder vielleicht sogar mehrere, dass so ein, zwei Spieler wissen, wie es geht oder zumindest das schon mal gespielt haben, das ist natürlich immer idealer, aber so ein Produkt, so eine Starterbox ist eben dafür gedacht, im Worst Case da fünf Leute zu sitzen zu haben, die nicht wissen, wie es geht oder was glaube ich aktuell häufiger der Fall ist, die irgendwie bei Rocket Beans oder bei Critical Role oder was auch immer mal ein paar Stunden gesehen haben und gedacht haben, das will ich auch ausprobieren, wo kriege ich sowas her, oh, hier gibt es so eine Starterbox, ich habe die gekauft, los geht's. Ja, das ist häufig, zumindest was ich so mitbekommen habe, so bei dem Klientel, das wir hier so haben, also so Leute Anfang, Mitte 20, so ein sehr häufiger Weg ins Hobby. Ich fände es sehr interessant, mich mal tatsächlich neben so eine Gruppe zu setzen und einfach mal zuzugucken, was die spielen und wie die spielen. Weil ich mir das also so, ja, mit einer gewissen Betriebsblindheit nach 35 Jahren, die ich jetzt Rollenspiel mache, weiß ich, kann ich mir kaum noch vorstellen, wie wir das damals gemacht haben. Wie du schon sagtest, wahrscheinlich war unser erstes Abenteuer die totale Grütze, aber damals fanden wir das halt alle total geil und ich würde es einfach gerne nochmal sozusagen erleben, was passiert, wenn ich heute sozusagen fünf Leute auf ihr erstes DSA, D&D, Midgard, was auch immer, Abenteuer loslasse. Also meiner Erfahrung nach, gerade was Neulinge angeht, gibt es eigentlich zwei typische Ausrichtungen, die ich so, also das ist auch jetzt ein bisschen extrem dargestellt ist, und zwar die einen probieren erstmal alles aus, weil sie gucken wollen, oder weil sie nicht gewohnt sind, dass Spiel im bestimmten Rahmen völlige Handlungsfreiheit bieten, oder fast völlige Handlungsfreiheit, das heißt, die probieren erstmal jeden Scheiß aus, ja, um zu gucken, geht denn das auch, kann ich das so und so machen, ja, komm, ich mach das mal, und dann die explodieren dann quasi in dem, was sie da treiben, und als Gegenstück gibt es dann die, die sich nicht trauen, oder die wirklich immer erstmal nachfragen, die einen machen irgendeinen Scheiß, und die anderen fragen erstmal nach, geht denn das, ja, kann, ich weiß nicht, ich kann gucken, es auf ihren Charakterbogen, und da, hier steht doch irgendein Klettern, kann ich da hochklettern, oder so, und irgendwie, quasi Hilfestellung brauchen, oder, oder einfordern, ob sie die brauchen, sei dahingestellt, das ist so, ähm, teilweise, dann bis hin zu so ein bisschen, äh, äh, sehr passivem Spiel, sage ich mal, weil sie halt nicht genau wissen, was sie machen. Also ich muss dazu sagen, ich hab tatsächlich, fällt mir jetzt gerade so ein, ähm, ähm, am Gratis-Rollenspiel-Tag habe ich mit einer Familie gespielt. Vier Kinder und eine Mutter. Die Mutter kannte Rollenspiel, die Kinder nicht. Die Kinder waren zwischen elf und fünfzehn, glaube ich, waren nicht alles ihre, waren also auch ein paar Freunde dabei, äh, und ich hatte, also, ich hab mit denen dann Bironomikon gespielt, und, ähm, das hat also erstmal auch ganz gut funktioniert. Ich hatte einen dabei, der den wahrscheinlich geilsten und kaputtesten, verrückten Wissenschaftler aller Zeiten gespielt hat, der hat alles in die Luft gejagt, in dem Abenteuer. Ich hab sehr viel Spaß gehabt dabei, ähm, aber ich hatte dann auch, äh, eine Spielerin, die also völlig überfordert war, und das war nicht die Jüngste, die Jüngste, die konnte das sogar noch ganz gut, aber so, bei denen war dann so, nach zwei Stunden, war Tilt. Dann war wirklich Aufnahmeende erreicht, und, äh, dann saßen die dann in ihrer Ecke und hatten ihr Handy in der Hand und daddelten da irgendwie drauf rum und ich hab dann versucht, sie anzuspielen, so nach dem Motto, was tust du denn? und dann schreckt die richtig hoch, ich kam mir vor wie so ein Lehrer in der Schule, der sie beim Fuschen erwischt hatte, ne, und dann riechst du, ja, ich weiß nicht, was kann ich denn? Ne, ja, ist egal, du wirst da von der, von diesem Monster angegriffen, was tust du denn jetzt? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und, äh, das fand ich also sehr interessant, wie unterschiedlich das auch war, weil es war wirklich keine Frage auch des Alters, weil dieser Junge, das war also irgendwie, glaube ich, der Zweitjüngste oder irgendwie sowas, aber der hat das wirklich, äh, nachher über drei Stunden hat er das saugut, äh, durchgehalten. Ja, also es gibt Leute, die sind, die mögen das, es gibt Leute, die auch, genauso wie Leute, es gibt die gerne Fußball spielen, welche die nicht gerne Fußball spielen, das ist halt ein Hobby, da muss man halt, äh, da muss man Freude dran haben, da muss man vielleicht auch Freude an Migri haben, also an, an der Darstellung sozusagen, etwas Fremden, ähm, und es gibt Leute, die haben da eher nicht so Bock drauf und dann können sie natürlich schlecht sagen, du, äh, ich bin jetzt mal weg, weil, wenn die Mutter dann auch da sitzt und die Geschwister, dann kannst du halt nicht einfach sagen, joa, tschö, also man sitzt halt dabei und wartet, bis es vorbeigeht, genauso wie man, was ich, bei einem Fußballturnier irgendwo auf der Bank sitzt und wartet, bis es vorbeigeht. Genau, und wie fandest du, dass ich heute gespielt habe? Du hast auch gespielt, hab ich gar nicht gesehen. Ja, aber das stimmt schon, aber wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob man, äh, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass eben der Weg von einem, ja, ich sag jetzt mal, so einem Erlebnis, ich gegen das System, also im Sinne von, ich gegen das Spielsystem, ähm, das ist ja, das ist eine ganz andere Art, es zu erleben und dann, äh, den Schritt, äh, zu machen und zu sagen, okay, das, was ich jetzt erlebt habe, das war auch schon DSA, als Beispiel, und ich gehe jetzt eben den Schritt und sage, okay, einer von uns wird jetzt Spielleiter und, ähm, die anderen spielen weiter ihre Charaktere, ähm, das ist, das ist, glaube ich, äh, ziemlicher Unterschied, äh, auch im Spielgefühl, von daher weiß ich nicht, ob einen das wirklich vorbereitet, darauf, äh, sozusagen zuerst das und dann das zu spielen. Ich glaube, das ist, glaube ich, eher wie so ein Bruch, äh, in dem, äh, was man dann wirklich kennengelernt hat. Also die werden wahrscheinlich dann eher, wenn ihnen das jetzt gefallen hat, dann wahrscheinlich eher nochmal so was wie Time-Stories oder so spielen wollen, wo sie praktisch gegen das Spiel antreten. Ja gut, also man kann das, das Spielgefühl so leider nicht rüberbringen, also muss man gleich richtig anfangen. Ja, wobei ich nicht weiß, ich könnte mir vorstellen, wenn einer da wirklich Spaß dran hat, dass man ihn auch über so ein Erzählspiel tatsächlich auch kriegen kann, wenn diese Person, ähm, ähm, ja, wirklich auch diese Kreativität, dieses Denken, dieses Improvisieren, ähm, dieses Selbsterfinden der Geschichte, wenn es da, wenn diese Person daran Spaß hat. Und da ist es, glaube ich, völlig egal, was das für jemand ist. Also ich habe mit kompletten Neulingen auch schon mal so was wie Fiasko gespielt. Ähm, die kannten auch kein Rollenspiel. Ähm, und das ist sehr gut angekommen, weil die dann auch sagten, okay, ich finde dieses, dieses Improvisieren, dieses freie Fabulieren, das finde ich toll. Aber wie Jens schon sagte, es gibt auch Leute, die können da gar nichts mit anfangen, die dann aber vielleicht was mit Rollenspiel anfangen können oder auch damit nicht. Die dann einfach sagen, nee, das ist mir alles irgendwie, meh, das ist komisch. Ja, aber wenn man so ein introvertierter Spieler ist oder generell eine introvertierte Person, dann ist es schon schwieriger. Wobei ich sagen muss, ich habe in meiner, in meinen Rollenspielrunden auch zwei, drei Leute, die eher ein bisschen introvertierter sind, aber die trotzdem sehr viel Spaß dabei haben. Das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Also ich habe eine Freundin, die im Spiel immer ihren Spaß hat, aber man muss sie schon wirklich direkt anspielen, damit sie auch agiert. Also von sich alleine aus sagt sie dann höchstens mal, ich gehe mit dem und dem mit oder ja, das untersuche ich auch oder macht mal sozusagen, wenn es gerade in ihrer Expertise fällt, so einen, ja, ihren Wurf sozusagen. Aber ansonsten, sie ist jetzt nicht so diejenige, die dann loszieht und mit anderen Charakteren dann wirklich spielt oder interagiert. Trotzdem hat sie ihren Spaß am Spiel. Nur, ich würde sie jetzt zum Beispiel niemals zu so einer, ja, ich sage jetzt einfach mal Erzählspielrunde irgendwie einladen. Weil ich glaube nicht, dass sie da wirklich gut mit klarkäme. Ja. Okay. Haben wir noch was vergessen? Ich wüsste jetzt so ad hoc nichts. Vielleicht. Habt ihr Hollowpoint mal irgendwie schon was davon gehört oder gespielt? Noch nie gehört. Sagt mir nichts. Also ich, den Namen habe ich mal irgendwo gehört, aber das mag mich auch irren. Das ist wohl von den Machern von Diaspora. Und irgendwie, ich habe gelesen, man spielt irgendwie eine, wie steht hier, ist ein kleines Spiel über super kompetente böse Leute mit einer Mission to kill other bad people, also um andere böse Leute zu töten oder otherwise mess them up. Klingt nett. Ja, ich habe es aber nur gehört, Hollowpoint. Hollowpoint, wenn ich mir jetzt nicht ganz vertue, müsste das doch ein Hohlspitzgeschoss sein, ne? Ja. Also wenn man nur noch Hollowpoint googelt, dann, ähm, steht das BKR vor der Tür. Ich hoffe jetzt nicht, aber ich habe ja immer den, den bei uns im Diskortiertes gepostet und ich poste es auch mal, den Link in die, ähm, zu uns in den, in die, in die Folge. Mhm. Von den Kanadiern VSCA. Okay. Dann, ähm, schauen wir mal, vielleicht spielt das mal irgendjemand von uns und kann dann berichten oder natürlich kann auch ein Zuhörer gerne davon berichten oder noch uns weiteren Input geben. Ich würde, eine Sache würde ich gerne noch erwähnen und zwar, ähm, spiele ich zusammen mit, ähm, Moritz Melem, Michael Jägers und Tim Rauche momentan tatsächlich, äh, Lovecraft-Task über unseren Blog, also beziehungsweise über unsere vier Blogs, ähm, und das ist halt auch mal so ein Experiment, was wir wagen wollten, weil es da eben, wie gesagt, das ist halt dieses, ähm, Lovecraft-bezogene Erzählspiel, bei dem die Spielleitung praktisch nach jeder Szene wechselt und wir wollten mal probieren, wie das im, äh, wie das also über Blogs abzuspielen ist, ob man das eben auch hinkriegt, weil jeder praktisch eine Szene erzählt und die anderen müssen dann darauf reagieren und müssen ihre eigene Szene, äh, dann an das anpassen, was vorher, äh, gelaufen ist. Ich bin mal sehr gespannt, wie das, äh, weitergeht, wir sind jetzt also momentan gerade eher, kurz nach der dritten Szene, das heißt, jetzt muss ich demnächst das erste Mal ins Geschehene eingreifen, weil ich der Letzte in der Reihe war und, äh, ja, lässt sich bis jetzt ganz interessant an. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich diese Geschichte noch entwickelt. Mhm. Also, jeder schreibt praktisch im, deinem Blog die aktuelle Geschichte sozusagen. Genau. Also, wir schreiben immer weiter fort und, äh, es gibt also bei jedem von uns so einen Überblickspost, wo man also dann die ganze Geschichte der Reihe nach nachlesen kann und, äh, ja, unser Ziel ist es also, das jetzt erst mal durchzuziehen und zu gucken, was da letztendlich bei herauskommt und das vielleicht auch dann noch mal, so wie Jens vorhin sagte, man kann ja auch eine Kurzgeschichte daraus machen oder ähnliches, vielleicht das, äh, mal sozusagen in der gebündelten Form irgendwie rauszubringen oder, äh, vielleicht auch mal zu vertonen, also einen Podcast zu machen oder sowas in der Art. Aber im Moment wissen wir also noch nicht, ähm, was sich daraus entwickelt, wie das also weitergeht. Ähm, ich wollte es halt nur mal erwähnen, weil es jetzt auch eben ziemlich gut zu dem Thema passt, worüber wir uns die ganze Zeit unterhalten haben. Hm. Ja, dann, äh, schick mir mal den Link, dann kann ich den einbauen. Ja, das mache ich gern. Perfekt. Jens, haben wir irgendwas vergessen? Hm, ich glaube, wir haben das Thema, äh, sehr, sehr umfassend und ausgiebig besprochen. Also man kann bestimmt da noch mal in die Details reingehen, aber ich glaube, so summa summarum im Groben haben wir es. Aber vielleicht haben wir ja fast was vergessen, dafür gibt es ja die Kommentare. Also wer der Meinung ist, Moment, das ist ja alles völlig falsch dargestellt, die Wahrheit sieht folgendermaßen aus, äh, nur zu. Und außerdem haben die zwei eh keine Ahnung. Ja gut, das kommt noch dazu, aber das ist ja in dem Land. Aber wenn die zwei keine Ahnung haben, dann hat ja einer immer recht. Ja, nein, nein, das Entscheidende ist ja, du holst dir ja immer die Leute und stellst dann Fragen, damit du auf jeden Fall gut dastehst, weil, ne, wir dann ja den Stuss erzählen. Nein, das würde ich so nie tun. Das würdest du so nie sagen. Ohne meinen Anwalt sage ich jetzt nichts mehr. Das war mir klar. Gut, dann, äh, Ralf, danke für deine Zeit. Gern geschehen, hat viel Spaß gemacht. Ja, Jens, auch danke für deine Zeit. Es war mir eine Freude. Ja, danke für die Zeit der Zuhörer, die ihr euch genommen habt, um zuzuhören. Fragen, wünsche, Anregungen, ähm, gerne in die Kommentare, schreibt uns was, dass ihr, ein einfaches, ja, wir hören euch, würde mir reichen. Ähm, dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Moin und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.